Es gibt eine neue Schülervergleichsstudie und damit beginnt Kai Selberichter ihre Nachrichten. Es handelt sich um den jüngsten Vergleich der OECD. Demnach können deutsche Grundschüler überdurchschnittlich gut lesen und rechnen. Auch in den Naturwissenschaften finden sich unsere Viertklässler im oberen Drittel aller Teilnehmerländer. Deutschland hat damit sein Niveau in etwa gehalten. Aufgeholt haben Kinder mit Migrationshintergrund, allerdings seien sie noch immer benachteiligt. Ebenso wie ihre Mitschüler aus sozial schwachen Familien. Die Bildungsforscher mahnen auch bessere Angebote in Ganztagsschulen an.